Hey Leute, was geht ab? Hier ist wieder Peter mit einer neuen Folge Minecraft und heute spielen wir auf Timolia ein Turnier. Eins vs. Eins. Ja, ich würde sagen, bei 20 Spielern starten wir das Ganze mal hier. Slay, start, one. Wie gesagt, bei 20 starten wir das ganze Ding und ich bin echt mal gespannt, wie es wird. Hopp, 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 jetzt muss noch einer rein. So, wir sind in der ersten Runde, alter. G, Zodem, G, Zodem, G. Du willst sowas vom Down gehen, Alter, jetzt wirst du Down gehen. So, Wurz. Alter, kein Schaden genommen. G, Zodem, G, Zodem, G. Er will, oh nein, ich bin scheiße weggekommen jetzt. So, alter, da haue ich die Kombos raus. Erste Runde geht an. Pie! So, jetzt sind wir in der zweiten Runde. Ich hasse diese scheiß Map, man kann nicht entfliehen. Da ich da ja so jemand bin, der immer fliehen muss. Alter, den habe ich aber weit geworfen, den Trank. So, jetzt haben wir jetzt die ganzen Pfeile auf. Ja, nice. Oh, alter, ein heilbes Herz. Hui, 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 hui. Das ist jetzt die zweite Qualifikationsrunde quasi, die wir hier spielen. Hä? Warum wirft er den so? Du bist down, du bist down, alter. Ja! Ich habe es gewusst, alter. So, G, Zodem, G, Zodem, G. Das ist jetzt, ich habe jetzt, das war jetzt die zweite Qualifikationsrunde. Ich habe beide Runden beides Mal gewonnen. Ja, jetzt kommt die dritte Qualifikationsrunde. So, jetzt sind wir in der dritten Qualifikationsrunde. Wieder auf derselben Map hier. Hier ist auf jeden Fall schon ein Spieler, der immer weiß, wie man... Fuck. Oh, er hat mich erwischt. Er geht down, er geht down. Ja, er geht down. Nice, alter. Perfect, 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 perfect. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Wo ist er jetzt? Dann Tyson, du schnarchst nicht so, alter. Ich kann meinen Gegner nicht hören. Hui, 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 hui. Hier trifft er mich eh nicht. Warte, oh. Oh, Mann, Alter. Komm schon. Nein, ich bin ins Feuer gelaufen. Bin ich denn dumm? Ich bin so dumm, Alter. Oh, Mensch. Das wird nicht sein müssen. Na, das hätte nicht sein müssen, als ich ins Feuer laufe, Mann. Viel zu dämlich. Viel zu dämlich. Ja, aber er ist schon ein bisschen besser. Ja, er sammelt jetzt meine Pfeile ein. Mann, Tyson, Ruhe jetzt. Ja, er ist vergiftet. Down, der ist down. Wenn der nicht down ist, weiß ich auch nicht. Ja, zack, Alter. Yes, man. Oh. Ja, sehr gut. GG. Puh, Alter. Das war jetzt mal so ein bisschen knapp. Das war... Das war... Hui, ui, ui, ui. Okay, bis jetzt habe ich alle Qualifikationsrunden gewonnen. So, und dann gleich geht das K.O. System los. Und da geht es dann rum, ob man gewinnt oder verliert. Da, da, Dish, da geht es drum. Ob du da gewinnt oder verlierst. Okay, jetzt also. Okay, fuck, 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 fuck. Okay. So, er ist vergiftet. Und drauf. Down. Ja! Nice, man. Das war gut. Das war richtig gut, Peter. Streng dich an. Ganz ruhig. Wo ist der Bagger-Loot? Los, 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 los. Da oben. Der geht da hoch. Macht das schon ganz clever, weil er eben wusste, dass ich ihm da... Wobei ist natürlich auch ein leichtes Ziel da oben, ne? Dann machen wir mal, der will. Nein! Das war dumm. Ich wusste, dass er es wirft, aber ich kam nicht mehr weg. Verdammte Scheiße. Mann, jetzt komme ich nicht mehr dahin. Bin tot. Mann, jetzt die Vergiftung muss doch langsam mal anhalten. Ah, jetzt. Irgendwann hat der aber auch keinen. Er ist down. Ja, nice, Alter. Boah, hatte ich da noch Glück. Ich wusste, dass er diesen Trank wirft. Und ich bin zurückgelaufen und da war dieser scheiß Baum. Manchmal echt. Ich muss gucken, was hinter mir ist. Piet. Alter, du musst gucken, was hinter dir ist. So. Nächste Runde neues Glück. Ich bin mal gespannt jetzt. Ich sollte nicht so viel rüberschmeißen. Den Fall nehmen wir uns auf jeden Fall. Zack, allererster Fall. Oh, ich habe gar nicht gesehen, dass der einen Bogen gespannt hatte. Zu dumm gewesen. Ah, jetzt kommt er. So, zack. Jetzt drauf. Das war richtig dumm, ins Wasser zu gehen. Ins Wasser zu gehen war richtig dumm. Hä, warum komme ich nicht mehr hoch, Alter? Hallo? Lol, was war das denn? Ich komme da einfach nicht mehr hoch. Lol. Ich komme nicht mehr hoch. Ich drücke so dick Leertaste. Ich komme nicht mehr hoch. Was war das denn für eine Scheiße, Mann? Ist das so, wenn man vergiftet wird, dass man nicht mehr hochschwimmen kann, oder was? Richtiger Crap. Ich bin nicht mehr hoch. Jetzt komm schon, Alter. Geht's hier hoch. Nein, wie konnte er mich erwischen? Mann, ich verliere das hier, weil ich so dumm bin wie ein Stück Scheiße. Ey, aus nahe Distanz kann ich einfach nicht damit umgehen. Ah, komm schon. Er läuft einfach nicht da durch. Er läuft einfach nicht da durch. Was ist denn mit diesem Boy? Hahaha, alter Schwede. Da steht er. Oh, Mann. Er hat mich da reingebockt. Jetzt bin ich down. Nein, Alter. Fuck it, Mann. Ja, Leute. Das war's vom Simolia-Turnier. Leider habe ich es nicht gewonnen. Aber ich denke, dass dennoch coole Runden dabei waren. Außer die letzte, die ich ein bisschen verkackt habe. Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder bei. Und wenn es euch wieder gefällt, lasst es auf jeden Fall leichter. Bis dann. Haut rein. Tschaußen.